So, das hätten wir doch auch. Ne, wir sind immer noch auf dem Weg zu dem Nebeneinsatz. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Oh, hier sind ne ganze Menge Feinde. Was tut denn? Hat aber irgendwas Grünes gedroppt hier. Oh shit, ich bin voll. Äh, gib da mir mal kurz ein paar Sekunden. Äh, nee. Du solltest echt mal aufräumen, wenn ich das so im Stream safe. Hä? Ach, ich verstehe. Gehen wir mal nach Rüstung. Hm. Ähm. Ah gut, dann kann man ja erstmal sammeln. So, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich finde es interessant, dass deine Stats alle höher sind als meine. Hm. Ähm, Mods kosten nämlich auch Platz. Das würde mich auch interessieren. Mods nehmen auch Platz ein, ja. Ah, okay. Ich glaube da warst. Hast du die Autos geprüft? Noch nicht. Ich gehe. Ich gehe. Ein halb vier. Ein halb vier. Ein halb vier. Wir brauchen euch in der Basis. Schnell. Roger. Sind unterwegs. Wir rücken ab. Hey, frische Fußstuhr. Aber das ist zu dünn. Haltet die Augen offen. Ah, hier geht's frei. Denk ich. Äh, ich bin noch bei dem Teil 2. Ich hab den Typen jetzt gerade nicht gefunden. Aktives Echosignal geortet. Das hat das Echo, wo es dann immer erstmal wieder offen ist. Ich glaub da hast du die Autos geprüft. Na gut. Ich gehe. Aber das ist zu dünn. Haltet die Augen offen. Ein halb vier. Wir brauchen euch in der Basis. Wir sind unterwegs. Wir rücken ab. Shhh. Halt die Klappe. Hier geht es nicht. Hm. Jetzt habe ich auch die Anzeige. Komisch. Hatte ich das gerade nicht. Oh, Gegners. 해요. Au. Ach so. Ach. ARD Text im Auftrag von Funk 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 cleaners bedroht sie müssen einschreiten ich werde in der zwischenzeit kreative visualisierung als form der fernunterstützung praktizieren ist aber in die richtung wo wir herkommen da wollen wir dann ja nicht hin 13 feind ja 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 Ey, ich treff grad nix Ach, da steht auch noch eine los Das ist ein bisschen scheiße, dass die hinter einem Oh, scheiße Mich hat's erwischt Ich verblute Vielen Dank Das ist natürlich schön, wenn man zu zweit ist, ne? Ja Man kann sich ein bisschen länger am Leben erhalten Hier ist ein Zivilist Nein, ich muss nur keine Gegner Nee, ich muss irgendwo hier in dem Gebiet sein, was? Hier echt nichts Hier in dem Gebäude Hab ihn Ich wusste, Kendall würde jemanden schicken, um mich rauszuholen Gut zu wissen, dass Michael überlebt hat Unkraut vergeht nicht, oder? Ihre Freundin Lau sagt, sie schickt ihm eine Eskorte Das ist gut, denn wir müssen ihn jetzt im Auge behalten Bitten Sie nur nicht mich darum Ich will nicht mal ansatzweise in seiner Nähe sein Die Drogendealer-Eskorte So Was hätten wir hier? Den vermissten Agenten Der ist hier doch direkt in der Nähe gewesen Irgendwo Da hinten Da liegen noch lauter grüne Sachen Okay 36 Meter, das ist jetzt auch nicht so weit Und ich sehe schon wieder Gegner Aber Ich sehe Also Sehen tue ich sie nicht Nur auf dem Radar Natürlich in die schlecht beleuchtete Gasse Obwohl, so schlecht ist sie gar nicht beleuchtet Man sieht nur einfach nichts Schneesturm sei Dank Naja Ich schätze mal nach rechts Ja Woanders hingeht Man sieht echt viel Oh, da sind Gegner Ah, nicht bei mir Gibt es auch sowas wie Nachtsichtgeräte oder auch Wärmesicht oder sowas Es wäre echt hilfreich bei dem Wetter Dann halt so Du siehst, sie hat dann rot markiert Das war's Aber Hat noch immer welche hier in der Nähe Ah ja Unsere Agentenspur Ach nee Das ist schon der Agent, den wir eingesammelt haben Alles klar Ah, Kister Oh, da Irgendwo über uns So Wo könnten wir denn jetzt hingehen Hier ist eine Telefonauszeichnung Die haben wir übersehen Irgendwie Auf der anderen Seite Nicht unter uns ist das Da ist wirklich keiner Strich nach unten Die wird unten im Untergrund sein Stimmt Kommt mal nicht hin Egal Was ist denn hier in der Nähe Genau Das ist gar nicht so weit weg Mann, 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 Mann Es gibt viel zu tun in New York Agent Einige Menschen werden von Cleaners bedroht Sie müssen einschreiten Ich werde in der Zwischenzeit Kreative Visualisierung Als Form der Fernunterstützung praktizieren Ach Glaubt ihr, wir wären nicht vorbereitet? Gut, wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier Ich bin 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 hier Zielt auf die Köpfe Elektronik Das brauchst du zum Beispiel zum Herstellen von Mods Ich müsste mir erstmal eh meine Waffe mal überhaupt morden Achja, sie ist wieder durch einen kontaminierten... Varno, kontaminierte Vorräte entdeckt Varno, Alarm, Kontaminationsscan eingeleitet Äh, kann es sein? Ja, wir können raus hier, raus, raus Hier raus, raus Wo geht's denn hier raus? Äh, hast du Filterstufe 2 oder warum? Wieso, warum? Bist du nie tot umgefallen? Du brauchst da Filter... Du hast Filterstufe 2 schon, okay, ich nicht Du brauchst für das Ding Filterstufe 2 Ähm, kriegst du die Mission auch, wenn ich die jetzt mache? Ähm, weiß ich nicht Naja, dann lass ich das... Wo komm ich denn hier raus? Ich will doch nur raus Ah, hier Oh Sie verlassen das kontaminierte Gebiet Keine Ahnung Aber wir können uns auch erstmal eine andere aussuchen Hier, nehmen wir den Nebeneinsatz hier Agent, einige Menschen werden von Cleaners bedroht Wo sehe ich das denn? Ich will mal wieder zu, zu, zu dir latschen Wenn man da vorsteht, stand es da Ich hatte bloß nicht drauf geachtet Agent, einige Menschen werden von Cleaners bedroht Sie müssen einschreiten Ich werde in der Zwischenzeit kreative Visualisierung als Form der Fernunterstützung praktizieren Ja, ich hab das andere schon angeklickt Scheiße Sie haben mich Ich spüre es Wie viele sind da noch? Oh da kommen mehr die wollen lebendig verbrannen oh 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 sie leben ja noch mann gut dass sie auf unserer seite sind wohl durch den laden oder ich mache mir das jetzt auch einen weg in das verkaufen also hier ist eine tür lassen wir mal in den kühlschrank reingucken hier gibt es noch klamotten oder was auch immer jetzt sollen wir den dingern den typen das sind die faule von anderer seite die hier kennen die nicht den spruch wer kommt mit nem Messer zu ner Schießerei? Sollte das passieren? Da machst du mich grad aus der Deckung beschulden Nein, 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 ich rede hier von den Toll intelligenten NPC Der ist verpackt? Ach, das ist ein... Wählt eure Ziele! Ja, jetzt können wir sie schlecht verteidigen, ne? Klasse Guck mal her, vielleicht wird er dann wieder Vielleicht traut er sich ja noch Waffen Die wird den Schwert Waffen Ja, die sagten schweren Waffen Achso Wir können doch mal was anderes probieren Ein bisschen sprengen Oh, nein Das hatte ich gerade gedacht Doch, doch, du hast einen Schaden gemacht Ja Ist er tot Doch, doch, du hast einen Schaden gemacht Kannst du die Zivilisten noch auslassen? Den könnte man nämlich nie vorher auslassen Gute Arbeit, Agent Gute Arbeit, Agent Wenn diese armen Menschen wieder hier sind Müssen wir ihnen die Feinheiten der Meditation beibringen Um ihre traumatischen Erlebnisse zu überwinden Die Feinheiten der Meditation, alles klar Ohne sie hätten wir das keinesfalls geschafft Ja, dann gehen wir jetzt mal zu dem Kampf Ja, dann gehen wir jetzt mal zu dem Kampf Weil der andere ist ja nicht so Dein Ding im Moment Äh, nicht mit Überleben zumindest Aber das passiert die Förderstufe zu Kleines Aber, äh, woran liegt das? An der Ausrüstung, oder? Ne, ich habe andere Sachen ausgebaut Bei dem grünen Bereich als du Achso, okay Oh Irgendwie rechts neben uns sind auch noch welche Werkzeug Schraubensee, Hammer, und sowas Kann man ja gebrauchen Wir nehmen alles mit, was das hinten wäre Wir müssen Echt tolle Rucksäcke haben Dabei ist meiner so mini Aber da klebt ne Menge dran Ja, das was hinten dran klebt Ändert sich im Übrigen dadurch, was man An und Skills auslöst hat Ist das alles? Ist es Alles in funktionierendem Zustand Wie weit Wie weit wie weit Das wird Ist doch wirklich voll der Minion Einladung Was ist schießen Edel Die haben da Ich habe die Nummer Hier sind ne klein wenig Wenn ich geh, bin ich zu euch an, Kürz! Verdammt noch mal! Oh, das ist nicht wahr! Konzentration! So. Von wo kommen sie denn? Von der anderen Seite. Ah, shit. Das ist kein fairer Kampf! Er haut erst mal auf. Warum auch nicht, ne? So ne Kiste ist wichtiger. Der hat auf mich gehauen! Echt? Er sah aus, als ob der auf diese Kiste... Warnung! Feindkräfte näher an sich! Von... nix... Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt! Komm raus und kämpfe! Das ist unsere Chance! Ups! War ein bisschen zu kurz. Lass dir jetzt nicht locker! Aaaaah! Aaaaah! Ah, lande! Ja, rennen! Ja! Ah, ich hab euch gemeldet! Ah! 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 Ups. Warnung, Feindkräfte näher an sich. Oh, von beiden Seiten. Erprovisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Die tauchen echt immer nur auf, wenn die Palis schon vorbei ist. Das ist unglaublich. Das ist alles okay. Wir schaffen das. Sie sind ein Typisch. Ich hätte nichts dagegen. Sie immer Mitarbeiter haben. Gut, dass Sie bei uns sind. Oh ja. Ich hätte nichts dagegen, Sie immer Mitarbeiter haben. Fast hätte es mich erwischt. Irgendwie soll hier noch was zu looten sein, oder sehe ich das falsch? Ja, aber es ist anscheinend über uns. Jo.